Hallo meine Zuschauer, es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiterenokoladischen Folge mit Bakura und seiner Kuh. Und wir werden heute ein saufen. Bakura, was sehe ich da? Lass mir in Ruhe, ich trinke noch ein bisschen für meine Gesundheit Was für eine Gesundheit? Das soll gesund sein? Ja, das Abfüll darin Ah, okay Ja, lass mir in Ruhe Okay, ich lasse in Ruhe, wie siehst du immer noch so aus? Ja, lass mir in Ruhe Achso, okay, was machst du denn? Einsteigen? Oder was? Ja, nur noch weiter Sprechendes Auto Geh an Äh, geht nicht an Auto, geh an Geht nicht an Oh, was war das denn? Oh, das kann sprechen, das Auto Sehr cool Ui Okay, gut, alles klar, Bakura Ähm So Ich muss auf der Yacht landen Und ich versuche mich runter zu jagen Äh, nicht mit dem Kampfjet Das ist jetzt keine gute Idee Das ist keine gute Idee Okay Äh, nur mit der Hand also Mit, äh, mit den eigenen Waffen Oder, ähm Mich rammen Rammen geht auch Rammen ist auch eine Möglichkeit Und eine Option Jede Option ist möglich So, los geht's Ich fahr los So, jetzt müssten wir mich irgendwie runterholen Oh, das war knapp Schaff ich das eigentlich? Weiß ich nicht Oh, Entschuldigung Oh, Entschuldigung Oh Oh Das geht hier auch Da rennt sie Falsch hin Keinen Boost Achso Scheiße, ich komme nicht an Oh, oh Nein Nein, ich will nicht schon feiern Nein Nein Ich will nicht verlieren Nein Ich muss mich retten irgendwie Nein Ich habe mich doch nicht gerettet Ah, toll Oh, nee Das ist ein Smart Oh, nee Okay Das war wohl nix So, ich Hol' euch noch runter Das macht das Leben einfacher Oh Das ging aber schnell Mann Das nur mit einer Kraft Ey Okay Erledigt mich Ich muss irgendwie Zur Yacht kommen Irgendwie Zur Yacht Zu Fuß Da ist jemand Nein Ah Wie Bakura so ganz lang Runter gegangen ist Ja Keine Energie mehr So, jetzt hast du wieder Energie Oh ja, das ist schön Das ist wunderbar Schöne Auto schnappen Ich komme schon zur Yacht Das hat weh Au Äh 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 Über Kursor Mit der Hand am Hals Ja Mein Hals Du hast fast geschafft Guck mal, hier ist ein Auto Da kannst du einsteigen Jo, raus hier Meins Da kommt jemand Nein Oh, Glück hat's Oh, Unfall Oh, Martin ist auch da Hallo Martin So, zur Yacht Eliminiert mich Wovor ich Äh Bei der Yacht ankomme Nehmen wir den noch mit Ja Nein Nein, da kommt schon jemand Schnell Ich kann nicht so schnell Nein Äh 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 Jetzt komme ich niemals an Doch jetzt Sütsubakura Ich versuche schon zu schwimmen Äh 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 Nein 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 Äh 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 Schnell Das schaffst du jetzt Guck mal, da ist ein Boot Nein Äh 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 Ich will den mal platt gemacht Ja, ist denn immer so Äh Lass mal in Ruhe Das schaffst du jetzt Fies viel überschützten Na toll Toll Achso Äh Darum bist du weggegangen Äh Nein 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 Ich muss irgendwie ankommen da drüben Nein Kann man nicht runter gehen Nein Nein Wie kann man auch mal tauchen? Ich weiß es nicht Sonst ging es halt immer so einfach Oh oh So ganz unauffällig im Wasser gehen Ja Äh Äh Was ist denn mit dir los, Beko? Wie kann ich denn überhaupt Tau Oh, nur da Oh, da Ah Ah Oh, ne Wir kommen nicht runter Wie war das denn noch mit dem Tauchen? Nein Warum? Oh. Schnell weg hier. Nein, nicht anrufen. So. Willkommen. Nein. Was ist das denn? Nein. Fertig gemacht. Wie war das denn am inntauchen? Verstehe ich nicht. So. Schnell weg hier. Schnell ducken. So kriegt mich keiner. Nein! Nein. Tür war auf. Das machen wir. Ja, ich darf nicht ankommen bei der Yacht. Verhindert das. Erledigt mich. Ja, jetzt. Ja. Ich komme an. Nein! Ach, mein Tauchen, ey. Nein. Ihr müsst nicht die anderen erledigen. Ihr müsst nur mich erledigen. Oh, wie kann ich tauchen, Mann? Oh, Mann! Ey. Na, jetzt aber. Nein, 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 nein. Nichts. Da stand er nur. Mit. Mit was? Ich will runter. Ja, jetzt. Nein! Ich bin unter Wasser. Ich staune. Mit L1. Mehr eins. Komm. Jetzt aber. Mit R1, ja. Will nicht. Doch jetzt. Ja, ich komme an. Hoffe ich mal. Jetzt aber. Ich muss gleich wieder nach oben. Dann fliehe ich Energie. Ich darf nur nicht ankommen. Ich darf nur nicht ankommen. Ah, ich habe wenig Sichtweite. Äh, Sichtweite. Luftholen. Und wieder runter. So. Einfach nur gerade ausschauen. Luftholen. Und wieder runter. Tja. Einzige Möglichkeit, um anzukommen. Das schaffe ich. Ja, natürlich schaffe ich das. Ich bin, äh, nicht Schwimmer. Warum schwimmst du dann? Äh, ich meine, C-Viertchen habe ich. Ah, okay. Alles klar. Oh, das ist sehr knapp, ey. Das war sehr knapp. So. Wieder auftauchen. Nein. 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 Ich werde hier voll getroffen. Nein. 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 Oh. Oh. Es war echt knapp. Verlierer Energie. Oh. Nein. Nein. Oh. Heftig, Digga. Ne, Döner. Oh. Nein. Oh. Das war echt knapp. Ihr dürft nicht auf der Yacht warten. Das dürft ihr nicht. Das ist, äh, scheiße. Oh, oh, oh. 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 Oh, was war das? Okay. Das ist auch eine Möglichkeit. Lunge. Volumen. Oh, cool. Nein. Nein. Okay, das war es von dieser Folge, Leute. Haut rein. Ciao.